Suchen Sie einen intelligenten und praktischen XXL Abfalleimer? Der Touch Bin ist die perfekte Wahl! Da er extra groß ist, eignet er sich ideal für große Abfallmengen von einer ganzen Familie. Die große Soft Touch Öffnung lässt sich mühelos und leise durch leichtes Antippen öffnen. Dank der großen Öffnung kann Abfall problemlos ohne Verschütten entsorgt werden. Die Deckeleinheit des Touch Bin ist abnehmbar. So lassen sich die Müllbeutel leicht auswechseln. Die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel haben ein Farbcode-System. Der Farbcode steht innen in Ihrem Brabantia Abfalleimer, damit Sie immer die richtige Größe wählen können. Verwenden Sie für diesen Touch Bin die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel in der Größe H. Der Touch Bin hat praktische Griffe, die die Müllbeutel fixieren und unschöne Müllbeutelränder verdecken. Mithilfe dieser Griffe lässt sich der Abfalleimer auch leicht transportieren. Der Kunststoffboden schützt den Fußboden vor Beschädigungen. Der Touch Bin hat einen Inhalt von 60 Litern und einen Durchmesser von 40 cm. Bei geschlossenem Deckel ist er 71 cm hoch und geöffnet ist er 92 cm hoch. Der Touch Bin ist in vielen Farben und Größen erhältlich. Der Touch Bin ist für die tägliche Benutzung entworfen und hat 10 Jahre Brabantia Garantie und Service. Der Touch Bin 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 Der� bericht